Ich habe gestern einen Anruf von Melanie aus Wiesbaden erhalten und Melanie hat mir auch später erlaubt, dass ich unser Gespräch hier in dem Video zusammenfassen darf. Melanie rief mich also an und fragte mich, Hans Martin, was kann ich tun? Ich bin so fertig, wie ich in meinem ganzen Leben noch nie war. Sie hat mir erzählt, dass sie verheiratet ist, eine Tochter im Grundschulalter hat, mit ihrem Mann seit Wochen zu Hause im Homeoffice arbeitet und sie hat mir erklärt, ich bin physisch und psychisch am absoluten Limit. Mein Mann und ich streiten uns die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, die Tochter kommt zu kurz, ich komme zu kurz, mein Mann kommt zu kurz. Es ist eine Katastrophe vor dem Herrn. Kannst du mir helfen oder andersrum? Wie kannst du mir helfen? Mein Name ist Hans Martin Beck, ich bin Coach und ich bin spiritueller Lehrer der Inka-Tradition. Ich helfe Menschen, dass ihr Leben leichter wird. Meine Antwort an Melanie war, wenn du von mir die besten 10 Tipps und Tricks oder die eine Übung hören möchtest, mit der alles besser wird, bin ich leider der Falsche für dich, weil ich daran überhaupt nicht glaube. Ich weiß aus Erfahrung, dass du alles erreichen kannst, was du möchtest. Du kannst an den Punkt kommen und zwar relativ zügig, dass der ganze Stress von dir nicht mehr als Stress wahrgenommen wird, dass es dir besser geht, aber es bedingt einen neuen Mindset. Du musst dir ein neues Weltbild anschauen. Du musst, nein nicht du musst, du solltest hergehen und vieles in Frage stellen. Und meine ehrliche Antwort lautet, wenn du das möchtest, empfehle ich dir den Online-Kurs Magie des Lebens. Warum? Die Inkas haben einfach ein Weltbild, was den Menschen in den Vordergrund stellt. Und dieses Weltbild sagt, du bist gut so wie du bist und in dir gibt es eine ganz großartige und wunderbare Kraft. Du kannst die entfalten, du kannst die ausleben, wenn du die Energie des Universums ins Fließen bringst, weil du dann nämlich selbst in den Fluss des Lebens kommst. Und ich sagte zu Melanie, stell dir mal vor, dein Mann und du, ihr streitet euch das nächste Mal. Und dann kannst du innerlich so ein Stück zur Seite gehen. Du kannst raustreten. Und du kannst danach die ganze schwere Energie von deinem Mann transformieren, das auflösen, was ihn dazu bringt, sich mit dir zu streiten. Und stell dir mal vor, ihr sitzt drei Minuten später auf dem Sofa und könnt ganz ruhig miteinander reden. Wäre das für dich erstrebenswert? Ja klar, sagt sie, genau das möchte ich können. Sag ich, perfekt? In Magie des Lebens lernst du das. Stell dir vor, du sitzt abends auf dem Sofa und du merkst, du hast überhaupt keine Kraft mehr. Du bist völlig am Ende und ausgepowert. Wenn du jetzt eine kleine Übung machst für ein oder zwei Minuten und du merkst, wie die Lebenskraft, die Lebensenergie, deine Lebensfreude zurückkommt, wie du dich damit aufladen kannst, ist es das, was du möchtest? Ja, sagt Melanie, genau das brauche ich. Sag ich, perfekt? Das vermittle ich in Magie des Lebens. Denn ich zeige dir all die Techniken, all die einfachen Techniken, die dir helfen, deine innere Wahrnehmung zu verändern. Dieser Kurs geht 20 Tage. Es sind vier Module und er kostet überhaupt nicht die Welt. Wenn es dir das wert ist, einen neuen Ansatz zu sehen und wirklich vom Beifahrersitz in den Fahrersitz des Lebens zu wechseln, dann empfehle ich auch dir, melde dich an zur Magie des Lebens und spüre die Magie, die du in deinem Leben entfalten kannst. Du findest alle Informationen zum Kurs unten und unterhalb des Videos. Ich freue mich auf dich. Alles Gute. Bis bald. Ciao. Tschüss.